Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Walkthrough von Ben Sock, Tom Clancy's Division. Hierbei handelt es sich um eine Daily, um das Broadway-Warenhaus, das ich hier spiele, alleine, solo, auf hart. Momentan bin ich ausgerüstet mit einer MP5 und einer M44. Wie ihr sehen könnt, holzt diese MP5 ganz schön was weg. Die habe ich neu dazubekommen, mir gekauft beim Händler, jetzt ein paar Mal gecraftet und wollte sie einfach mal ausprobieren in der Mission. Und ja, wie man sehen kann, komme ich damit ganz gut zurecht. Ich klicke mich dann jetzt mal aus und lasse euch einfach die restlichen Minuten dieses Videos mit ein bisschen Musikuntermalung genießen und wünsche euch dabei viel Spaß. Schusssystems. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Test auf Viruskontamination negativ In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo Test auf Viruskontamination negativ 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 Test auf Viruskontamination에서 Ook Selbst wenn nicht, extreme Hitze zerstört DNA. Ab etwa 95 Grad Celsius brechen die kovalenten Bindungen und dann löst sich die Doppelhelix auf wie ein billiges Abschlussbegleit. Ein Grund, der sie in Schacht zu halten, Agent. Wie gesagt, kein Druck. Test auf Viruskontamination negativ. Test auf Viruskontamination negativ. Warnung, Brandgefahr abdeckt. Dem Plan zufolge müsste da irgendwo eine manuelle Zugriffsmöglichkeit sein. Warnung, größere Viruskonzentration entdeckt. Bingo, dann müssen unsere infizierten Geldscheine in der Nähe sein. Händen Sie die Augen offen und lecken Sie sie nicht ab. Potenzielle Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Warnung, Brandgefahr entdeckt. Ich habe einen anderen manuellen Zugriffspunkt auf das Brandschutzsystem gefunden. Ich schicke Ihnen den Stabort. Alarm, Feinde in der Nähe entdeckt. Und dann geht es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020